willkommen zurück meine lieben freunde ich bin's euer odo wir haben das letzte mal bereits frieden mit den azteken geschlossen und die leute rundherum hassen uns alle passt also mit den amerikanern habe ich noch nicht frieden geschlossen weil ich noch baltimore erobern möchte mich ärgert ein wenig weil das scheint sich mit den amerikanern verbündet zu haben schau an war es echt widerlich warum tun die sowas naja gut soll sein kann man jetzt auch nichts machen egal so wie können aber nicht darauf schießen warum nicht gehen wir daher hier aus hier hier dieses gebiet Okay. Ha. Scheiße. Aufbau immer. Tio. Uns fehlt noch immer das Öl. Das finde ich nicht gut. Oh mein, da oben was. Ich esse dich mal. Geh es da wieder her. Obst auch hier. Huch, huf, huf. Ah, den könnte man aufrüsten schon. Das Maletta kann man da durchfahren eigentlich bis nach Hause. Jep. Ist möglich. Dann machen wir das doch klar. So. Sparta. Jetzt machen wir den Sparta. Wir könnten da noch einen Raumhafen herbauen. Wieso kann man das eigentlich da nicht herbauen, frage ich mich grad. Hm, süß. So. Jetzt machen wir den Raumhafen-Porn. Da. Oder da unten. Hm. Mach mal drauf. So. Hm. Mein Spion ist entdeckt worden. Mein Spion ist entdeckt worden. Wir können fliehen. Na super. Boot, Fahrzeug oder zu Fuß? Machen wir das Boot. Was? Konnte ja doch fliehen. Okay. Finde ich nicht gut. Sobald wir Baltimore erobert haben. Dann werden wir versuchen, Frieden zu schließen mit ihnen. Mit den Amerikanern. Und dabei werden wir versuchen, unseren Spion, der bei ihnen von ihnen gefangen wurde, anzunehmen. Das ist ja wohl nur ein Scherz, oder? Du kannst mich mal gern haben. Ja, 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 ja. Ihr könnt mich alle gern haben. Ich mag keinen von euch. Das mit dem Computer ist so eine Sache. Der hasst uns grundsätzlich. Egal was wir machen. Okay, wir oberen sie steht, aber wir haben sie Leute nicht einmal angegriffen. Oh. So. Infanterie. Und du bist da stehen und wartest. Ebenfalls. Du fliegst noch im Okayen weiter. Du fliegst noch noch keine weiter. Uhhh. Da kommt ja wer. Und ihn will sich an uns heranschleichen. Sooo... Oh, ich bin ein Schiff, ich bin ein Schiff. Oh, warte mal, die haben hier Jerusalem angegriffen, kann das sein? Kann ich da mal Ehre im Status sehen, wie die Kriege sind, wie kann ich das machen, ach Gott. Hm. Das ist ein Protektoratsgrund. Hier wieder klären wir ihn, macht den Krieg, den einen eurer verbündeten Stadtstaaten angegriffen hat, ok, das lassen wir nochmal, schauen wir mal wie das läuft, ich meine wenn die Jerusalem den Krieg erklärt haben, Tokio ist jetzt nicht so supi mächtig bis die nach Jerusalem kommen, ich wüsste nicht wie die das machen sollen, dann müssen sie nämlich da durch die Azteken durch oder durch den Kongo oder über die Berge. Ok, da will wohl nicht viel passieren. Ah nein, nach unten hätte ich gekriegt, da geht das nicht da. Du heilst, du schießt nochmal fest auf Baltimore, da ist auch wirklich nichts mehr an Dings vorhandenes, an, wie heißt das, an Stadtmauer, so. Oh, da ist er gedreht. Oh, du, Karl, oh. Ich wollte, dass du da hier gehst und du gehst da rein, oder? Ich sollte auf den Turm neidisch sein. Er ist berühmter als ich. Ja, aber er ist nach dir benannt. Monsieur Eiffel. Alle Geländer für eine neue Zivilisation erhalten plus zwei Anziehungskraft, muss auf Flachwand im Stadtzentrum gebaut werden. Finde ich gut. Kirche und Staat, Körper und Seele, Mensch und Gott sind alle eins auf Mont Saint-Michel. Und alle kämpfen sie, jeder auf seine Weise, oder sie halten füreinander Wache. Ich habe nicht den geringsten, ach, die geringste Ahnung, was Mont Saint-Michel ist, aber ich nehme einmal an, das hat etwas mit, äh, das ist irgendeine französische Stadt, äh, Kathedrale, Kirche, Kloster vielleicht. Ich glaube, das ist ein bisschen besser, also. Mit Mont Saint-Michel. Tja, das war's dann mit dir an der Truppe. Du kannst steigen, vorbereitendes Feuer, plus sieben Kampfstärke gegen Landeinheiten, oder plus sieben Kampfstärke gegen Bezirksverteidigungen. Artillerische ist auch da. So, das war Poltumor. Die Anzeige ist auch da, wenn man die Auffassungριache gegen eine Truppe betätigt, oder sie werden in der Trottbar- oder die Anzeigenreise gegen eine Reise gegen die Klapp-Schöpfe getötet. Das sieht aus. Hm, wir vermichten uns. Versteht mich nicht falsch, aber dann will ich wirklich keine Stadt haben. So, jetzt können wir Frieden schließen mit dem Herrn Lusweil etwas Sandes hier. Und zwar hätten wir gerne nicht nur Frieden geschlossen, sondern ich hätte gerne auch meinen Typen zurück. Und... Gold pro Runde. Wie viel gibst du her? Gibst du 50 Gold pro Runde her? Wow. Ist so irre. Wir wirklich tun. Das auch. Irre. Ja. Hast du vielleicht Öl? Nein. Wieso solltest du auch? Ja. Das würde er auch noch machen. Ist ja auch... Das auch. Kann ich die überhaupt annehmen? Ja. 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 Jetzt kriecht er. Hm. Oh, kriege ich durch. So. Wie ist das mit unseren Werken? Ja. Die habe ich offensichtlich noch hinunter gebracht. Hamlet. Ja. Da habe ich noch viel Platz. Da habe ich noch viel Platz. Da habe ich noch. Mal schauen. Wir müssen vielleicht ein wenig umschlichten. Wir haben hier einmal religiös, einmal porträt, einmal religiös. Religiös, religiös, porträt. Da haben wir gleich nur Porträt, oder? Aber. Okay. Porträt, porträt, porträt. Aber. Da haben wir von Rembrandt, von Angelika Kaufmann und von der Angelika Kaufmann. Das heißt, da haben wir auch Angelika Kaufmann. Und da haben wir ein Porträt von Rembrandt. Was wollen wir nicht dort haben? Wir brauchen ein anderes Porträt von jemand anderem. Mist. Okay. Geht nicht. Das können wir nicht besser machen. Wir haben nur Porträt von zweien. Und religiös haben wir auch nur von zweien. Ach nein. Da haben wir den Andrei Eruijov. Da haben wir den Hieronymus Bosch. Und das ist von Rembrandt Abraham. Und ich sag... Okay. Dann nehmen wir das da her. Und das da her. Dann müssten wir... Ha! Wir haben tatsächlich ein Kunstmuseum mit einem Motto. Dadurch kriegen wir mehr Tourismus und mehr Kultur. Mhm. hm. whatsock. So, man muss das zufassen. So, wohin fahren wir? Hm, noch unser Kongo. Schnellen Wild da am Hafen auch. Geht nicht richtig. Oh, den kann ich auch noch schicken, oder wie? So, ich muss kurz hier ein Bier noch. So, Detroit. Hm, ich glaube wir werden da dann ein Ding einfach rein kaufen. Ich glaube da, was ich hier drauf habe. Und hier, woher ich hier? Ja, das ist ein Ding. Ja, das ist ein Ding. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Kruppulis So, Knossos Jetzt kommt ein Forschungsverbot und wir wollen ein bisschen mehr, ein bisschen schneller forschen und du baust mir ein Industriegebiet oder ein Handelszentrum hin. Wir müssen noch ein Industriegebiet. Ok. Wir müssen noch ein Industriegebiet. Und das? Ich versuche, was wollen wir dort? Da ist nichts anderes. Das ist ein Industriegebiet. Was sagen wir dazu? Was sagen wir dazu? Yey! Hm? Hm? Scheiße. Wollen wir uns überlegen, wie weit sind wir eigentlich von unserem Sieg entfernt? Oh. Da habe ich noch eine Anke gezogen schon. Na gut, wie weit sind wir von unserem Sieg entfernt? Wir sollten ja eigentlich den Kultursieg knapp vor Augen haben, oder? So, wir haben 330 Auslandstouristen. Also, wir haben 330 eigene Touristen. Und 207 brauchen wir. Puh. Ist noch viel. Naja. Wissenschaftsmäßig. Wollen wir den Kultursieg hin? Wir haben da einen Singer schon recht weit. Wir sollten vielleicht drauf achten. Vielleicht sollten wir dort auch. Zumindest nicht außer Acht lassen. Und in den Raum auch und vielleicht irgendwie blockieren. So. Mit unserem Spion. Hm. Finde ich gut. Die haben uns alle denunziert. Bis vor kurzem waren wir noch verbündet mit dem Rojo. Wann hat in Bagdad eine Fabrik gebaut? Mal schauen was an. Oh. Okay. Und. Wird stehen. Du baust den Tee ab. So. Was mit dir kannst du mir? Haben wir Postel kaufen. Yep. Ist doch platt. Schauen wir mal. Ob wir das Ding schon haben. Da. Ich muss noch was machen. Hm. Hm. Wir verlegen den Doppeldecker. Vielleicht tatsächlich noch Kairo. Dort können wir auf jeden Fall alles angreifen. Was die wahnsinnigen Haube da. Oh. Und mit der, wir sind noch zurück. Nein, das wäre wieder zuge drawn. Wird euch wieder da ... Wird nicht mehr so spiel. Wunderschweig. 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 Du gehst nach Athen, schauen ob es überhaupt noch kommt durch Kandee, gut, an dieser Stelle Schlaft gut und träumt was schönes, ich schlafe auf jeden Fall gut und träumt was schönes, ich bin jetzt schon eingeschlafen, so langweilig ist das Spiel, hm, kann man nichts machen, kann man nichts sagen, okay, bis dann, ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was schönes.